Zum nächsten Part. Star Wars Battlefront 2. Wir sind gerade in... Verpiss dich! Wir sind gerade inmitten eines komplett zerstörten Sternenkreuzers oder so. Und müssen Detonatoren suchen. Da ich aber like French Revolution gar keinen Bock habe, hier von irgendwelchen Leuten gesehen zu werden, gehe ich jetzt nach da hinten, schnieke ich mich hin. Auf feindliche Raketen ab! Das war ein guter Versuch. Da bin ich runtergefallen. Und die sehe ich unter dem Meer. Er geht mir so auf den Sender, echt. Komm, weißt du was? Ich will mal sehen, wie sich das hier im Dings verhält. Ich habe keinen Bock da drauf. Normal kann ich immer spielen, aber wenn etwas so lange dauert, da habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Geduldsfaden für so einen Scheiß. Ich brauche Aufnahmen. Natürlich sind meine Aufnahmen billig, aber ich brauche nicht noch billigere Aufnahmen. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Ich mache jetzt Inventur dieser Waffe hier. Offizier! Das ist ein schwerer Schützer! Vergess sie! Detonatoren! Sie werden nicht reichen! Sehen Sie sich weiter um. Das waren alle. Der Weg zum Hangar ist frei. Wir brauchen die Detonatoren. How do you do this? Mehr Detonatoren! Mehr Explosionen! Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll! Teiljäger greift an! Schwerer Waffen finden! Sofort! Ihr müsst was für mich deaktivieren. Das haben sie nicht erwartet. Schwüppsel! Also, wo platzierten wir die Leitung? Direkt auf die Tals. Die Kettenreaktion der Explosion jagt bis zum Ionenantrieb alles in die Luft. Uns zerstört dann das Schiff von innen raus. Ganz genau. Eventuell. Detonator platziert. Los, mal dran. Maximas, mal treffend. Detonatoren sind scharf. Ich hab das Gefühl, das ist doch nicht die letzte Mission. Ich hab da nicht viel raus hier. Schnell! Ich hab das Gefühl, das ist doch nicht die letzte Mission. Es werden immer mehr. Dann schießen Sie weiter! Das muss das Schreckungsziel sein. Zu den Schiffen! Geben Sie voran! Wir haben es hier gewonnen! Kommt jemand auf! Auf den Weg mit ihm! Weiter so, wir haben es fast geschafft! Schau, das Ziel ist hier! Schau, das Ziel ist hier! Schau! Freu sie dir! Ach stimmt, kommentieren, kommentieren. Was weiß ich, studieren. Was ist eure Lieblingsfarbe? Orange oder Freitag? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Heck das Ding, bitte! Oh ne, das ist eine Dingbox. Ja, ich dachte, ich hätte gerade ein Collectible gefunden, Leute. Ich hab hier einfach vor... Hier... Hab's vergessen. Das ist kein Collectible. Das ist... Die Box, wo ich mein Outfit changee. Also... Nicht gut. Ich schwöre, die Gare. Irgendwo Collectible, aber ich hab keinen Bock haben, zu suchen. Jetzt also... Ich akapisimo. So, kommentieren! Ach... Oh fuck, ich muss fliegen. Ich muss gerade auf Instagram gucken, ob irgendein Bastard wieder irgendwie glücklich ist. Wir können nicht durchbrechen. Noch nicht. Wir brauchen mehr Unterstützung. Hört mich jemand. Hier ist Starhawk Unity. Wie los da oben? Bei so einer Schlacht kämpft jeder für sich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was hier unten ist. Was passiert, wenn wir Ihrem Vater begegnen? Wir haben seine Spur so lange verfolgt. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt finden. Konzentration. Er ist nicht die Mission. Ja, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, man. Hier Käpt'n Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezivieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Kaijäger im Anflug. Holen wir sie uns. Jäger zerstört. TIE zerstört. Oh ja, ich kämpfe jetzt gegen AT-ATs. Ja, ich liebe meinen Job. Wir können erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makro-Fernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Chris und ich holen es. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Das war's. Zeig mir einen Scan. Tut mir leid. Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Sie kommen näher. Sie kommen näher. Orbitalbeschuss. Hier. Da. Mehr Infobiliare-Truppen. Orbitalbeschuss. Treffer. Der Orbitalangriff. Jetzt den AT-ATs zeiten. Die Kampfläufer kommen immer noch. Gleich nochmal einen. Kampfläufer sind so nah. Wir brauchen mehr Orbitalangriffe. Inferno. Die Kampfläufer sind so nah. Wie die immer den Kill kriegen. Frech. Scheiß Lila. Die Kampfläufer sind so nah. Gestätigt. Der AT-AT ist zerstört. Das ist ein schwerer Schütze. Durchschnittl vários sichern. Griechen um das zuyenden. Das unser Schütze ist baby. Das publication wird nichtprobiert. Ach du, Bessingerlein, damit du Arsch. Der Beat wird gescannt. Wir müssen die Kampfläufer mit mehr Orbitalbeschuss erwischen. Ja, kommt schon mit der Welt. Wir haben schwer bewaffnet. Feuer! Der zweite AT-AT ist zerstört. Mehr können wir leider nicht tun, Commander. Starhawk zieht weiter. Sicher? Es reicht, Starhawk. Und danke. Sie haben eine Menge Leben gerettet. Eterno, wir müssen zur Evakuierungszone. Vielen Dank! Starhawk, bringen wir Käpt'n Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Vorwärts! Sammel den Jungs! Runter, runter, runter! Battle 4 in 5! Die Ego-Perspektive gefällt mir irgendwie ein bisschen mehr. Imperiale Verstärkung! Pass auf die Farmen wir ab. Sind Sie noch da, Commander? Schütze! Schütze! Ich bin an die Farmen! Landige Schärmer, Schütze! Hallo, Käpt'n Lindsay. Willkommen auf der Corpus. So, Kürz! Helfen Sie unseren Freunden auf die Corpus. Hallo, Kürz! Jeder kämpft für sich allein. Kürz, komm wir jetzt weg! Was? Warum ich nicht? Mann. Alle an Bord! Lutz, nicht viel weg hier! Äh! Ach, fliege ich halt selber, wo ist mein Schiff? Wo habe ich geparkt? Scheiße. Danke, Commander. Jeder Zeit, Käpt'n. Wir dürfen da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Ja, wo habe ich geparkt? Ach, ich war schon richtig. Ja, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten Sie Spaß dabei. Aber niemals. So, jetzt will ich auf den Kreuzer, komm. Boah, kann ich jetzt auf den Kreuzer? Na, so ein Eis-Effekt, das sind keine richtigen. Ich denke, ich denke, Sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute stirbt das Impeg noch. Besser später als nie. Die Flach von Jakku, die Mission, die Flach von Jakku. Ja, wie ich. Das ist aber mein Schiff. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden. Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Bomber zu stehen. Ja, Commander. Lieblingsaufgabe. Bomber beseitigt. Noch nicht. Eine weitere Stapel ist zu uns unterwegs. Ja, dann fliegt doch zurecht, ihr Arsch. Macht's gut. Der darf ein Kill gewesen. Hätte ich Geld verloren. Macht's gut. Einer weniger. Jäger zerstört. Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine Thai-Staffel im Anflug. Aber, da stimmt was nicht. Sie hat direkt einen Kurs auf Sie. Schön für die... Hallo, Aiden. Haas. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit nutzen. Glauben Sie mir, Sie und Del sind heute meine geringste Sorge. Wir geht es um mehr, als Sie begreifen. Stapel! Angriff! Ist das das Schiff des Vogelfekers, oder was? Nichts. Stapel! Ich wusste, Sie würden das. Wir schauen, Sie würden es aber auch nicht. Ich wende sie auf, Sie wurden dort. Das ist komisch zu erklären. Das ist ein Wettbewerb. Ich habe hier noch nichts gebrochen. Ah, da dampft schon jemand, muss ich nicht landen. Ich komme auf dieses Drehen so gar nicht klar, das merkt man auch. Ich versuche mich sehr daran zu konzentrieren, aber ich bin immer beschissen. Ich versuche mich zu weit, aber ich komme aus. Die Wegebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe. Dürb jetzt. Ach, bam. Fick dich. Ich hole mir meinen Vater. Iden, er ist das nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los. Na gut. Rückzug. Vielleicht noch für den Part. Vielleicht. Acht Minuten, Frage von Kürze. Geht raus. Geht raus. Super. Du hast ein bisschen höher als ich auch machen soll. Ich finde einen Weg hinein. Sie und Fripp folgen dem nächsten Notsignal. Nein. Nein, das ist ein Befehl. Ruide Verbindung trennt. Nein. Ich sehe sie. Die Rebellen wieder vor dem Spiel. Festhalten. Er schießt die Rebellen. Heil mich, Kumpel. Oh, pff. Ich schulde dir was. Sechs oder Leben? Ja. Wo sind wir denn? Lass mich an der Seite runter. 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 Ah, ha, ha, ha. Sollte funktionieren. Vorwärts. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Was? Wir bringen den Wichser um. Wir hätten... Ich hab mir schon gedacht, die letzte Mission wäre geil, wenn es auf dem Schiff wäre. Mal rauf. Wir müssen schicken am Ionisierungsverkehr. Wir verlieren Stabilität. Wir halten uns mit der Rammel in der Luft. Einzug zum Rat, wir sitzen mit Rex. Hier ist für die Admiral Garek. Er muss was hacken. Er ist noch da. Da. Admiral, die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne Duncan da. Wir müssen geht los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich hab dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Gleich nichts mehr, gleich nichts mehr. Papa, komm mit, komm bitte! Papa will ich. Der Käpt'n geht zuletzt vom Schiff. Du hast meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von dir weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh. Überlebe. Jawohl. Überlebe. Accapissimo, los. Wartet auf mich, Jungs. Ich gehöre jetzt wieder zu euch. Aber das ist episch. Episches Finale. Ja gut, Finale ist ja noch nicht. Es gibt noch einen DLC so gesehen. Den werden wir auch spielen, aber das ist an sich das Finale von der Trophäenreihe. Ich komme hier. Bis zur Asche. Die Mission bis zur Asche. Tschüss, Papa. Mach dein Kreuzfeld, bumm, bumm. Bis es sogar sieben gibt, aber stürzt. Gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja. Winner, Winner. Der. Drunbuchbauern. Papi ist tot, ich muss meine Miete selber zahlen. Fuck. Fuck. Hey, hey, aufhören. Aufhören. Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das wollte ich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Wunderschön. Wer macht das sauber? Aufhören. So entstand Episode 7, der blöde Sandplanet mit den Kreuzerteilen. Hätte Rey keine Kreuzerteile gefunden, wäre sie an Hunger gestorben. Weil sie ihre Ration nicht bezahlen könnte. Eben, Bild sieht nice aus. So, ich hätte zum Beispiel den Story Mode so gesehen durch mit dem ersten. Oder? Was sagt die Trophäe? Gab sich eine Goldtrophäe für alle Missionen? Ich habe gerade nur eine Silber bekommen für die Mission. Oh, es geht weiter. Es ist jetzt nicht richtig billig, dass ich jetzt Rey plötzlich bin. Also, ich lieb ja mehr konnte, aber das wäre ein perfektes Film. Die machen echt jetzt Kylo Ren. Nein, nein. Oder ist das jetzt einfach nur so ein Teaser für den... ...die extra DLC, den sie dann halt dazu gemacht haben, weil die Story echt kurz war. Bitte. Komm, Struppelbert. Ah, hallo. Wir haben sie gewartet. Bring mich zum Gefangenen. Bring mich doch zum Gefangenen, du Arsch. Hier entlang, bitte. Sie haben Luke gefangen, Dumpumpu. Hallo, Gunther. Ist das Dell? Wird Dell jetzt getrunken? Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Hinter dir. Raus aus meinem Kopf! Ich werde gar nichts sagen. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen. Cool. Ähm... Ja. Aber ich habe ein Trophäe bekommen, also ich bin durch. Na egal. Ich gucke mal kurz die Trophäe, die nächste. Ich beende die Aufnahme. Also, ich mache jetzt Schluss. Ich gucke, was mit der Gold-Trophäe ist, was ich da gesehen hatte mit Gold. Vielleicht war es auch ein anderes Spiel. Aber das war auf jeden Fall, ich sage mal ein geiles Finale, weil jetzt kommt, glaube ich, die Wiedergeburt oder wie der zweite Teil hieß. Das waren, glaube ich, auch zehn Missionen oder fünf, keine Ahnung. Oder sechs, keine Ahnung. Sieben, pfff. Alles möglich. Na egal. Bis denn. Tschö.